Ich krieg's gerade... Ey, ich werd' Bock auf Flaschen drehen! Ich? Nein! Ich hab' Bock! Komm, mach' mit! Schau' ich! Tschüss! Schau' ich wieder! Schau' ich wieder mit! Schau' ich wieder mit! Die Gugel und die Gugel und jetzt... Es ist... Kadiyah! Kadiyah! Barton, Pflicht! Pflicht! Umarmen... Miki! Oh! Die sind eigentlich... Eine Freundin, die haben wir gehabt! Ja! Und jetzt? Kadiyah an der Gugel! Kadiyah dreht! Und es ist... Es ist... Reden! Ähm... Weil ähm... Wahrheit! Ähm... Hast du schonmal im Nix mitgeschwimmen? Nein, aber ich hab' schonmal welche bekommen! Ohhhh... 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 Okay... Geh' zu suchen! Und wer ist denn? Wer ist denn? Ich auch! Miki! Komm! Wenn ich dich mache! Mach' es! Mach' es! Ich muss kurz nachdenken! Ja! Ich hab' einen! Äh... Miki! Auf wen hast du eigentlich einen Crush aus unserer Klasse? Also... Das interessiert mich ein bisschen! Ja! Ja! Miki! Ja! Miki! 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 Was ist los? Thomas weiß ganz genau, dass ich mit wem verliebt bin und trotzdem sagt er das vor allen! Das war richtig unangenehm und außerdem haben mich auch alle ausgelacht! Ich weiß aber, lass' wir jetzt zurück! Wenigstens eine Runde noch! Bin sicher, dass sie mich nicht mehr auslachen? Die werde ich nicht auslachen! Okay... Boah, ich bin gespannt, wie die Flitze vor... Der ist ja auch schön, wer es ist! Ja... Oh mein Gott! Thomas! Thomas! Du hast bald verflüchtet! Wahrheit! Hast du Gefühle für mich? Thomas! Und? Jetzt ehrlich! Tut mir sehr leid, ich hab beide... Ohhhh! Herz gebraucht! Und? Ja... Und? Und?